Was gibt es? Lichttragende Schar. Noch dazu mit eigenen Geistern. Ich hätte es wissen sollen. Nur wie? Wir haben es hier mit einem neuen Paradigma zu tun, Hüter, in dem die Grenzen zunehmend verwischen. Insbesondere zwischen richtig und falsch wäre ich an deiner Stelle gewesen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Spielt aber auch keine Rolle. Halten wir uns an das, was wir wissen. Offenbar hast du etwas entdeckt, das erklären könnte, warum Savatun beschloss, mit dem Mars zurückzukehren. Laut der Telemetrie deines Geistes sondert das Fragment dieselben Schwingungen ab, wie das Pyramidenrelikt, das zufällig auch mit dem Mars wiederkam. Geh der Sache nach. Wenn du zurück bist, weiß ich mehr. Ich habe dichile исправst die Schwingungen eingelortiert. Für coefficients sindñig。 Wir beginnen sozusagen eine compromise. Ich versuche sehr, sehr, sehr brief zu me, Wir beginnen zusammen. Ich sagte jetzt zu dir mal, dass ihr euch recht gemacht ist, Unser Licht ist stärker denn je, entschuldige. Dies sind schlimme Zeiten. Güter erkunden den Mars seit seiner Rückkehr. Das können sie nicht übersehen haben. Es ist definitiv neu. Sehen wir uns das näher an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020